Was ist denn das? Ein Rosenkranz. Jetzt kann es beurre werden. Was ist denn das? Besuchen Sie einen Knäffer. Einen Rosenkranz. Das geht mir mal in einen Höfen. Ich meine auf die Pfeifen. Machen wir ein Geschäft? Was möchtest du denn für ein Geschäft vorschlagen? Zeig mir was und wir helfen dir suchen. Ich meine dran, du bist ein bissel täppert. Was soll ich dir denn noch sagen für das, dass ich den Rosenkranz verloren hab? Na geh schon. Die Food wollen wir sehen. Na, mich schau ein, was willst du denn eigentlich ein? Habt's meinen Rosenkranz und wollt's mich dann noch ausnutzen. Für das soll euch der Herrgott straffen. Es scheiß keffi Irländigen. Danke. Servus. Servus, Herrmann. Du, es tut mir leid, wenn gestern. Aber gestern war das Haus und ich hab ein paar Bier getrunken. Dann bin ich gleich schlafen gegangen. Das macht ja nichts. Vergiss. Ich weiß nicht, ob's dich interessiert, ob Ramon Pogloster-Ingenieur einen neuen Vertrauensmann wählen. Wieso? Wir haben ihn. Der ist weg. Weg? Versetzt worden? Befördert. Gestern hab ich eigentlich geglaubt, dass du überhaupt nimmer grunst. Ich hab das ja versprochen. Du, du isst doch so gern Fleischlauern, als du isst die Mörderwöcher. Ja? Hm. Willst du noch was trinken? Na, ich hab genug draus. Na, dann geh mal. Ja, dann geh mal. Ich hab die Mörderwöcher. Na, dann geh mal. Okay, dann schlafen ein paar Minuten. Du schlägst. Ich hab die MörderwöcherMLn. Ich hab die Mörderwöcher. Dann kannst du nicht mehr zuerst den. Ich hab die Mörderwöcher. Und dann kannst du nicht mehr zuerst den Schluchze in der Mörderwöcher. Oder sind die Mörderwöcher? Wir haben einfach aus, dass du nicht mehr zuerst. Soll ich die Mörderwöcher ist. Ich hab die Mörderwöcher. Ich bin wieder, meine Mörderwötung noch nicht mehr. Jetzt bin ich immer mehr zuvor. ig? Ich habe mal. Vielen Dank. Der Bett ist viel zu eng.